Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzverb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs übernehmen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Übernimmt. Übernahm. Hat übernommen. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich übernehme. Du übernimmst. Er übernimmt. Wir übernehmen. Ihr übernehmt. Sie übernehmen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich übernahm. Du übernahmst. Er übernahm. Wir übernahmen. Ihr übernahmt. Sie übernahmen. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe übernommen. Du hast übernommen. Er hat übernommen. Er hat übernommen. Wir haben übernommen. Ihr habt übernommen. Sie haben übernommen. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich übernehme. Du übernimmst. Er übernehme. Wir übernehmen. Ihr übernehmt. Sie übernehmen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich übernehme. Du übernimmst. Er übernehme. Wir übernehmen. Ihr übernehmt. Sie übernehmen. Den Schluss macht der Imperativ. Übernimm du. Übernehmen wir. Übernehmt ihr. Übernehmen sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb übernehmen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Ich suche euch. Willkommen zusammen. Das hier. Untertitelung des ZDF, 2020